Jedes Jahr, mitten im Winter, machen sich in ganz Europa Dörfer und Zeitwagenfahrer zum Treffen parat. Und zwar zum unter Dörfer schon bereits legendären Elefanten treffen. Dieses Jahr hat es in Salzburg stattgefunden. Und wir haben fünf Gespann, so sagen die Fachleute an einem Dörfer mit Zeitwagen, auf dieser Fahrt nach Salzburg begleitet. So eine Fahrt über den verschneite Arlbergpass mit einer schweren Maschine und einem Boot, wie die Zeitwagen fachmännisch heissen, ist ein abenteuerliches Erlebnis. Besonders, wenn die meisten von diesen Gefährten schon gute 20 Jahre auf dem Buckel haben. Die Leute am Strassenrand schütteln zum Teil die Köpfe. Wie kann man nur bei so einer Kälte freiwillig auf dem Dörfer sitzen? Wenn man bei 15 Grad unter Null noch Dörfer fahren möchte, muss man wissen, was man anlegen will, wenn man sich nicht nach zwei Kilometern schon anfängt. und man will eine Lungenentzündung holen. Fallschirmspringer-Hosen. Die sind vom letzten Weltkrieg. Dann haben wir die einem Amerikaner abgekauft, die mit den fliegenden Festungen in Stüberdorf gelandet sind, respektive zum Lande getrachtet worden sind. Die sind so schön einfach zum Anlegen. Dann noch der legendäre ... ... Mantel ... ... über alles hier. Der bringt dann noch den Rest, der noch muss sein. Und das ist so schön. Gesehen und gesehen werden ist alles am Elefantentreffen. Wer der Ander ist, weiss man nicht. Es reicht, wenn er Auto fährt. Die Hauptsache ist sowieso die Maschine. 1956 haben sich zum ersten Mal ein paar Fahrer von diesen legendären alten Zündabseitenwegen, sogenannten grünen Elefanten, getroffen. Sie wollten damals gegen die massive Erhöhung der Versicherungen Prämien protestieren. Heute protestiert noch nichts mehr. Aber die Fahrer von diesen schweren Maschinen treffen sich seit jedes Jahr. Oder man könnte fast sagen, die schweren Maschinen treffen sich mit ihren Fahrern. Schauen Sie sich jetzt noch ein paar Stimmungsbilder an von diesem tiefen Familientreffen. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Musik Am Sonntag sind unsere 5 Seitenwagenfahrer wieder nach Hause in die Schweiz. Gemacht hat man eigentlich nichts, nur ein wenig von Tövgerät und sich gefreut, dass es noch mehr so Verrückte gibt, die im Winter Töv fährt und dass man zu Hause wieder etwas zu erzählen hat.